Mit 28 Jahren kommt Marcel Titsch-Rivero auf respektable 115 Zweitliga, 48 Drittliga und 9 DFB-Pokalspiele. Im deutschen Oberhaus stehen hingegen lediglich zwei Kurzeinsätze in der Vita des gebürtigen Frankfurters. Genug jedoch, um sich einen Eintrag in den Geschichtsbüchern der Bundesliga zu sichern. Vor sieben Jahren, am 14. Mai 2011, gastierte die Frankfurter Eintracht am letzten Spieltag der Saison beim BVB. Während die Borussen bereits die Meisterschaft im Sack hatten, hofften die Hessen noch auf ein Wunder, um den Klassenerhalt oder wenigstens den Sprung auf den Relegationsplatz zu schaffen. Das Wunder blieb aus, nicht zuletzt dank einer übermütigen Einlage des jungen Titsch-Rivero. Der Kicker aus der Eintracht-Jugend betrat beim Stand von 2 zu 1 für die Schwarz-Gelben für den heutigen Borussen Sebastian Rode den Rasen, zog sich die Stutzen zurecht, trat Marcel Schmelzer im Strafraum auf die Schlappen und wurde von Schiri, Peter Gagelmann postwendend wieder unter die Dusche geschickt, nach gerade einmal 43 Sekunden. Bundesliga-Rekord. Schmelzer fiel etwas theatralisch, ich war von Christoph Daum, gerade eingewechselt worden, da lief Marcel Schmelzer allein auf unser Tor zu. Ich attackierte ihn von der Seite, er kam etwas theatralisch zu Fall. Schwer zu beurteilen, ob das ein Foul war. Der Schiedsrichter hat jedenfalls auf Notbremse entschieden, kommentierte der Rekordübeltäter die Szene Jahre später gegenüber der Südwestpresse. Dass Dortmunds Publikumsliebling Dede danach auch den fünften Strafstoß des BVB in der Meistersaison kläglich vergab, war wenigstens ein Trost für den Mittelfeldspieler, der inzwischen über den Blitzplatz verweist, lachen kann. Den fälligen Elfmeter habe Kieper Ralf Fährmann immerhin gehalten. Insgesamt gesehen ist also zumindest ein Gegentreffer verhindert worden, witzelte Titsch Rivero. Gebracht hat es allerdings wenig. Dortmund gewann 3 zu 1, Frankfurt musste den Gang in Liga 2 antreten. Aus dem frühen Ende seines zweiten und bis dato letzten Bundesligaspiels hat der Linksfuß allerdings auch gelernt. Gladrod Satic Rivero, der seit 2012 für den 1. FC Heidenheim kickt seitdem nie wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017